Was ist die Zukunft der Buga? 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 Und das ist schon ein ziemlicher Schock. Nein, wenn das Virus sich einmal ausbreitet, im Internet findet man relativ wenig, aber die Fachliteratur sagt, das Biest ist sogar in der Lage, ganze Kakao- und Bananenplantagen zu vernichten. Dann gibt es keine Rettung und wir wissen auch nicht genau, wie dieses Batna-Virus da reingekommen ist. Wir haben ja auch Schenkungen zum Teil von Pflanzen. Irgendwo wird es mal eingeschleppt worden sein. Und dann natürlich bei den besten Bedingungen, die die Kamelien hatten, eben auch in dem jetzigen Treibhaus, hat sich das irgendwann ausbreiten können. Und die Gefahr, jetzt eine Pflanze, die vielleicht noch okay ist, in den neuen Pflanzbestand, für den wir jetzt natürlich wieder sorgen müssen, da zu integrieren. Und dann kommt das Virus wieder, die ist natürlich sehr groß. Und deswegen müssen wir uns von allen Pflanzen verabschieden. Und das ist wirklich bitter. Also zunächst mal ist es so, wir haben das Kamelienhaus. Und das ist ein Witz der Geschichte. Jetzt haben wir so viel Geld zusammengetragen und jetzt würde es leer stehen. Und deswegen wollen wir eine Spendenaktion ins Leben rufen, um eben relativ schnell wieder dieses Haus mit den wunderbaren grünen Lieblingen auch vollstellen zu können. Das sind sehr seltene Pflanzen. Und wir wollen vor allen Dingen den historischen Pflanzbestand dort widerspiegeln. Und da kostet teilweise ein Setzling eben nicht nur wie im Pflanzmarkt mal so einfach 20 oder 50 Euro. Da gibt es schon Sorten, die bis zu 200 bis 300 Euro kosten. Also 5.000 bis 6.000 Euro schätzen wir werden im Moment notwendig sein, damit wir relativ schnell auch wieder Pflanzen dort ankaufen können. Und dann könnten wir langsam aber sicher wieder anfangen, unseren eigenen Bestand mitzuentwickeln. Und deswegen wollen wir die Leute aufrufen, wenn ihr ein Herz habt für all das, was die Orangerie und vor allem den Kamelienbestand betrifft, dann schaut mal nicht aufs Geld, sondern versucht einfach vielleicht den ein oder anderen Euro, der übrig ist, noch für die Orangeriefreunde bereitzustellen. Ich weiß, dass das schwer ist. Die 180.000 sind ja auch durch die Bürgerschaft zusammengekommen im letzten Jahrzehnt. Aber ich glaube, diesen letzten Schritt müssen wir jetzt auch noch gehen. Ja, wir sind guter Hoffnung, denn ich hätte auch nicht geglaubt, dass es so viele Leute gibt, die zum Teil zu mir ins Bürgerbüro gekommen sind und gesagt haben, ja, hi, ich gebe Ihnen hier einen Umschlag und ich hoffe, dass das Haus irgendwann mal fertig ist. Und dann machst du den auf und dann sind teilweise 2.000 Euro drin. Also das ist nicht nur ein unglaublicher Vertrauensbeweis, sondern zeigt auch, die Leute haben wirklich ein großes Interesse. Und jetzt werden wir zu den Leuten sagen, den letzten Schritt, den wir haben, das Haus ist jetzt schon da, aber jetzt müssen wir die Kamelien quasi neu anschaffen. Den müssen wir jetzt, wie gesagt, noch gemeinsam gehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das mit den Menschen in Gotha auch gemeinsam wieder schaffen werden. Naja, es ist so, man kann jetzt drüber lachen, aber diese fleißigen Leute, wie zum Beispiel der Gernot Harnisch und der Jens Schäffler, die mit mir gemeinsam in den letzten zehn Jahren diese Führung gemacht haben, und ich muss das selber zugeben, wir kennen quasi jede einzelne Pflanze und so ein bisschen stehen einem fast die Tränen in den Augen. Auch wenn das nur Pflanzen sind, aber zum Beispiel der Ableger, der berühmten Pillenitzer Kamel, den wir dort haben, wenn man weiß, das stirbt alles, das ist schon ein ziemlicher Schock. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten auch über Vorsichtsmaßnahmen reden müssen. Es gibt viele Leute, die dann anrufen und sagen, ich habe eine Kamelie zu Hause, die ist sehr schön, und nehmen Sie sie doch, man könnte sich vorstellen, dass vielleicht als Zwischenschritt die Pflanze vielleicht irgendwo anders zunächst mal gelagert und beobachtet wird, gut gepflegt, und wenn dann nichts ist, dann sie vielleicht so integrieren. Aber wir müssen natürlich jetzt immer Vorsichtsmaßnahmen treffen, weil dieses Virus sehr, sehr aggressiv ist, und wir natürlich nicht wollen, dass uns das ein zweites Mal passiert. Wir können ja nicht alle zwei bis drei Jahre so eine Spendenaktion ins Leben rufen, und deswegen müssen wir jetzt sehr genau schauen, wie die nächsten Schritte sind. Es sind Experten aus Leipzig und aus Jena mit dabei, die den Verein beraten wollen, und auch die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, und deswegen müssen wir gucken, wie wir die nächsten Wochen dann auch so koordinieren können. In Bezug auf die Orangerie, naja, dass es Leute gab, die bei mir im Bürgerbüro gesagt haben, das geht ja alles gar nicht richtig vorwärts, und ich habe jetzt hier Geld gespendet. Das war schon ein bisschen bitter, weil ich geglaubt habe, naja, so etwas geht ja nicht von jetzt auf gleich, aber so seit ungefähr einem halben Jahr, seitdem die gesehen haben, da wird ein Fundament ausgehoben, da werden Wände hochgezogen, da gibt es eine Verglasung, und man kann dran vorbeilaufen, ist die Stimmung eigentlich relativ gut. Also ich habe weniger Ärger als Freude, aber was mich natürlich sehr ärgert, ist diese Geschichte mit dem Virus, weil das ja, also nicht nur in der Gesellschaft mit Corona, jetzt auch noch der Batna-Virus und der Orangerie, das ist das Letzte, was man brauchen kann, aber wir können es ja nicht ändern. Am meisten gefreut hat mich der Zuspruch von Menschen, die von auswärts gekommen sind, die aus Weimar, Erfurt, Kiel, aus Baden-Württemberg zum Teil in die Orangerie kommen, weil sie Buga-Gäste sind. Ich habe mal Sonderführungen gemacht während der Tag der offenen Tür, der Thüringer Schlosserstiftung. Die Leute sind da gekommen und man ist mit ihnen ins Gespräch gekommen. Und dass sie sagen, etwas so Tolles, so etwas liebevoll gepflegt ist, und dann auch noch dieses Haus, das ist ja, man muss es mal betonen, das europaweit einzige Haus, das als Neubau für Kamelien momentan überhaupt hochgezogen wird, das hat die sehr beeindruckt. Und wenn man so viel Zuspruch von Menschen, die außerhalb von Gota leben und zum ersten Mal hierher kommen kriegt, dann freut einen das schon sehr.